Oh Ich Ich hab nichts gemacht, ich bin mir keine Schluckgeguss Ich kenn dich doch gar nicht Wahrscheinlich kann er dich kennenlernen Hm, probier doch mal einen Schlüssel Oh ja Das könnte man gut tun Hm Hä? Hä? Aber die Tür ist nicht verschlossen, oder? Die Tür ist nicht verschlossen Oh, das ist ein Übersetzungsfehler und es war ein Verhalten, dass das Schlüssel nicht passt Hm Kann sein Gott Hallo Ich hab keine Münzen fürs Gerät Vielleicht ist das der Entlassungsflügel Ja Das klemmt, dann kann es das nicht sein Okay Okay, ich hab erst mal das Treppenhaus Rechts ist da, ne? Ja, aber da kommen wir doch, das ist doch... Ach so, das ist das Treppenhaus Ach so Ach, da ging es noch weiter Ach, da ging es noch weiter Hm Nee Okay Okay Okay, so viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt eigentlich nicht Hm Was ist das dunkel? Was ist das dunkel? Haha Gott Ich sollte das hier in der Hand behalten Ähm Ich sollte das hier in der Hand behalten In Taschenlampe Ja, wollte ich gerade Aber das Mülleimer nicht, oder? Nee, eigentlich nicht Kann ich den bitte mal wegschmeißen Was? Hahaha So Hahahaha 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 Ich spüle dann Gibt es halt mit dem Mülleimer in der Hand rumlaufen Hahaha So, hier hat sich ja nichts verändert, ne? Sag ich mal Mhm Meeting Da ist übrigens jetzt, komischerweise, Türk Linke wieder dran, ne? Der hatte die aber ja abgemacht Aber klemmt Dass wir da reingerannt sind Ja Von da sind wir eben gekommen, ne? Irgendwie Mhm Aber ich weiß nicht mehr Ja Aber schadet ja nicht, wenn wir da wieder zurückgehen Weil vielleicht Ich bin mit dem Leier diesem Flügel Achso, dass wir mit den Schritten Eigentlich müssten wir ja wohl diesen Schritten folgen, aber... Hat ja nichts gebracht Nee Ach, klemmt, ne? Okay, das ist es auch Was? Nee Was? Das spiegelt aber doch nur, oder? Aber so viel Exits Das ist so ein Fenster Ja, das ist ein bisschen komisch Ja, aber vielleicht ist das ein Hinweis Ja Vielleicht müsste da ein Fenster raus Ja Das wird ein Hinweis sein Und ich weiß auch welches Fenster Da, wo diese Jalousie da so schief fällt Hm, das könnte sein Das ist nämlich auch das einzige, was irgendwie so existiert, ne? Das da Mhm Ja Da ist auch getatscht Getatscht Getscht 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 Aber da passiert nix Nee Scheiße War ein netter Gedanke, aber auch Was ist hier drin? Da ist auch eins Ach, das sind mehr Fenster Das ist kacke, ey Guck mal, nochmal oben an die Bildschirme Überall Guck doch mal näher Äh, das ist wo? Ich sehe auf jeden Fall aus wie ein Krankenzimmer mit so einem Rundbogen Ja Im Zimmer Ja Und gestapelte Betten nebendran Also hier schon mal nicht Also muss es in irgendeinem Zimmer sein Das ist ja cool gemacht Ähm Ähm Machst du bitte? Ja Ne, hier ist aber auch keine Rundbogen Ne, ne, aber Ich gucke mich halt mal um Hm 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 Da hat ein Husten von da gehört Aus der Richtung Ich hab nichts gehört Da ist ne Rundbogen Da ist ne Rundbogen Guck mal Da ist ne Rundbogen Guck mal Da ist ne Rundbogen Ja, und ne Rundbogen Du musst dich jetzt nicht verstecken Von wegen, ich will mich ja nur umgucken Verstecken will er sich Ich guck, ich kann nur sowieso an der Seite gleich wieder raus, glaub ich, oder? Guck mal Ich weiß es nicht Ja, da Da sind wir wieder auf dem selben Gang Da ist der Rundbogen Okay Ist aber nicht der Rundbogen Ne, ist nicht der Aber hier sind viele Rundbögen Da geht's doch Äh Achso, da ist ja oben der Stärkis Ist das der Stärkis, oder? Ein anderer Ja, das ist der gleiche Ne, das ist der gleiche Ne, das ist der gleiche Sag hat komisch aus Das ist grad nicht so beruhigend, dass da einer gelaufen ist Ne, finde ich auch nicht so beruhigend Und der ist genau in die Richtung jetzt gelaufen, die wir jetzt gehen, ne? Äh, eben Zum Aufzug Zum Aufzug Aber der Aufzug ist Nee Kann auch nicht Oder kann es doch Nee Aber irgendwas hat gequetscht Mhm Ups Scheint nicht zu funktionieren Da? War da ein Fenster? Nee Aber da geht's noch rum Ja, aber Ja, kommst du da drüben wieder raus, ne? Ja Mein Gott, jetzt wird's mit den Gräuschen aber auch Boah, ich würd mich da total verlaufen, ey Ja, aber das wär jetzt schon der Moment, wo ich mir persönlich jetzt schon eine Auszeit gesucht hätte Ja Äh, in irgendeinem Schrank, ne? Nee Du meinst, wenn du es alleine spielen würdest, oder? Ja Mhm Das ist ja... Bleh Achso, das ist wieder die Stelle, wo wir da durchlaufen Ja Komisch aus, oder? Komisch aus, oder? Nicht komisch als sonst Äh Ach, das ist so das enge Zimmer Ja Boah, es klingelt ja auch mal Da unten einer, ey Warum denn? Was? Wo? Boah, bei mir Achso Boah Da sind doch Fingerabdrücke drauf, oder? Da ist der Aufzug, ne? Der hilft uns ja auch nicht weiter Ne Ja, irgendwie Ich hoffe nicht, dass das irgendwie ein Programmfehler ist, dass wir die Tür zum Treppenausweg aufkriegen Ne, das glaub ich nicht Mh, mh Das glaub ich auch nicht Das glaub ich auch nicht Eieieiei Verdammt Was ist denn da hin? Was ist denn da hin? Da hinten ist doch der, das sind die Schilder Da ist was Ja Wie haben wir das denn grad nicht gesehen? Haben wir uns bestimmt nicht in die Richtung gedreht Schlüsse? Ach, das hat die ganze Zeit schon da rum Scheiden hinweist darauf, okay, aber Okay 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 Ja Ja Das hat ein bisschen was von Weihnachten Das war runtergesprungen Ja Das sehe ich auch so Oh Oh Nur Spiegel Ah, klar, muss der Spiegel verkehrt sein Und nun? Springen wir da runter? Äh Ne, das ist viel zu hoch Ne Ne Nein Oh fuck Oh Oh scheiße Okay Und schüss Freiwillig Ich wollte nur sagen, springen war vielleicht das falsche Wort Oh 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 Okay Wie mein verstand dem Trapide Stell dich mal in die Tür Wo war denn die andere? Da geht es ja auch rein Ja 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 Ja, und es ist ja auch rein Und es ist das Haus Und es ist das Haus Wir sind im Haus wieder Mhm Scheiße Das war so schön, dass der Verstand nicht abnehmen konnte Oh Gott ey Ach, da geht es in den Killer Ah, super Und wir haben noch gar kein Licht dabei oder so Wir haben noch einen Schlüssel Wir haben Tabletten Aber wir haben noch kein Licht Ja Es ist doch kein Feuerzeug Ich darf irgendwie weiter Na ja 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 Aber das ist ja alles zu, hier lässt man uns ja nicht durch Nee Oh Mann Fuck Oh Gott Oh Gott, also Die schöne Taschenappe aus dem Krankenhaus haben wir jetzt auch nicht mehr Ich hätte mehr mitnehmen können Ah ok, man sieht ja noch was Ich fühle mich das jetzt nicht richtig hundertvonzentig beruhigt, aber Das ist ja auch mein Das sind die Augen wieder, ja Ja Das ist das Das gefällt uns aber gar nicht Das gefällt mir Ja, aber nicht, dass da wieder die Augen waren Das sieht auch nach Weihnachten aus Ja Oh Mann Nein Nein Das ist mal Licht an hier Na jetzt flackert es nicht mehr Ehhh Oh, da sind auch noch Augen Ah, da sind überall Augen irgendwie Musst du das wieder drücken? Ja, kann sein Ja Aber das sah ja jetzt anders aus irgendwie Da ist aber nichts Ah 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 Ach nein, komm schon Du siehst gar nicht so böse aus Alter Ok Ich kann das auch übertreiben, ne Ja Oh Mann, ey Ein bisschen Bisschen Puh Oh Mann, oh Mann, oh Mann So, schön rot gefällt Aber hier rum oder müssten wir anders rum Ähh Ne, hier rum Killer Ja Ok, dann müssen wir jetzt wohl die Augen erstmal drücken Wahrscheinlich, dann sieht er uns vielleicht nicht, wie die Augen gedrückt sind Ich hoffe es Drücken Oh Gott ey Drücken wir die Augen Wir haben schon Oh je Ruhe bewahren Ruhe bewahren Ne Das war, ähm Vorhin war das, äh Vorhin war das, aber vorhin war das genau gegenüber das Auge, äh, das du drücken konntest Und dann waren, waren die in der Tür nämlich auch weg Ja, deswegen dachte ich erst über das Bild gegenüber Ja Da Aber da war ja nix Da ist noch eins Äh Oh nein Ähm Nicht, nicht du Ah Scheiße Es sind die Bilder Sobald wir an so'n Bild vorbeikommen Taucht er auf Ja Oh Gott Das macht uns aber so was für lange Ganz schön böse Ähm Ähm Oh Mann Ähm Natürlich eben gerade sehr förderlich, dass ich mich geduckt hatte, dass ich mich trennen wollte. Ja. Ja, vermeiden ist es zu lange im Dunkel zu stehen, ist lustig. Das ist auch noch so ein Bild. Oh, und da geht auch tief. Ja, da können wir vielleicht drücken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der dann auch einfach nur wieder. Wir gucken mal. Ne, da ist nichts. Hm.